Ich schreibe diesen sehr kurzen Brief, um sie wissen zu lassen, dass ich sie liebe. Wer ist sie? Mama, ich habe herausgefunden, warum ich lebe. Ich werde dich für immer lieben. Für immer. Papa! Wer ist er? Er ist ein Niemand! In deinem Alter ist die Liebe eine Illusion. Die schlimmsten Jahre meines Lebens gingen vorüber, aber meine Liebe zu ihr blieb bestehen. Dein Vater sagt, du musst lernen, ohne Liebe glücklich zu sein. Aber unsere Liebe wird siegen. Sie ist ein Teil von mir. Ganz gleich, wo ich bin. Wer ist sie? Verheiratet? Ja, ich warte, bis jemand stirbt. Ist er alt? Nein, ich werde warten, egal wie lange es dauert. Du bist verrückt. Das ist ein Teil von mir. Das ist ein Teil von mir. Du bist du bist. Du bist du bist. Du bist du bist. Für immer. Für immer.